Galakom.tv Weg zum Champions League Spiel Bayern Lyon Und vor uns läuft der Spitzenchef Koch von der Rübezahl Alm Näheres an der Galakom.tv bei YouTube oder Galakom.tv Einfach bei W-W-W Da fällt der Spruch ganz gut. Wer sein Rad liebt, der schiebt. Aber bei mir stimmt es nicht. Ich fahre mit dem Fahrrad. Mit dem Auto rein. Banger Spruch. Wir sehen uns dann auf der Alm. Richtig, ja. Ich hoffe es. 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 Ich hoffe es.